Einen schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen hier im vierten Live-Webinar diese Woche, in dem wir die Märkte im Austral-Dollar, US-Dollar, Euro, mexikanischer Peso und US-Dollar, Schweizer Franken miteinander besprechen. Rolf, einen schönen guten Morgen allen hier auch, die auf Facebook mit zuschauen. Einen grandiosen Tag an dieser Stelle auch. Gestern war das Mikrofon im GoToWebinar etwas leiser. Ich habe da gerade nochmal nachgeschaut, das hatte sich wieder nach unten gestellt. Heute sollte der Ton auch im GoToWebinar passen. Danke für die Rückmeldung gestern hier an dieser Stelle. Ja, guten Morgen Elena, was machen wir heute, bevor wir in die Märkte schauen? Ganz klar, wie immer der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle, wie abgebildet auch zur Kenntnis zu nehmen. Hier der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Die anderen Dinge sind hier aufgegliedert. Heute in den Tagesnachrichten der Blick auf die wichtigsten Sachen. Aber von meiner Seite kurz noch ein Wort zu gestern. Wir hatten gestern, der Tag nach dem Brexit, war jetzt an den Märkten nicht wirklich mit Verwerfungen versehen. Das heißt, hier ist das rausgekommen, was der Markt auch schon erwartet hatte. Das heißt, hier in den meisten Märkten relative Ruhe. Ludger, guten Morgen. Beim Ölpreis hatten wir ja vor kurzem das Handelssignal, das erste Umkehrsignal aus der Korrektur heraus. Auch interessant, der Markt lief hier gestern auch Stück für Stück nach oben. Olaf, guten Morgen. Und gestern haben wir dann auch gesehen den Ölmarktbericht. Der kam ja gestern genauso wie auch das Biespuck. Und der Ölmarktbericht war etwas besser als erwartet ausgefallen. Das heißt, die Rückgänge im Lagerbestände waren größer als das, was erwartet worden ist. Das ist ein positives Zeichen. Von der Seite her, denke ich, wird der Chart uns hier auch weiterhin die Richtung weisen. Unser Signal, was wir hier, die Signallage, die wir im Chart hatten, entwickelt sich auf alle Fälle aktuell in die Richtung, wo wir es gerne auch sehen möchten. Zu den heutigen Tagesnachrichten. Wir bekommen auf der Relevanz 3 um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex hier aus der EU für das Jahr Dezember. Wir bekommen um 14.30 Uhr die Baugenehmigung und den Filifed Herstellungsindex. sowie um 15 Uhr auch aus den USA die Zahlen zu den Häuserverkäufen aktueller Seite. Um 12 Uhr gibt es nochmal eine Nachricht zum Öl. Da gibt es den OPEC Monatsbericht. Und das hier an dieser Stelle wieder mal etwas Nachrichtenlage. Und das ist ja immer gut für den entsprechenden Markt. Um 14.30 Uhr gibt es dann auch noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und in diesem Zusammenhang auch den Filifed Beschäftigungsindex. Und dann spricht heute am Nachmittag mal wieder ein FOMC-Mitglied. Auch das immer beachtenswert für die Märkte. Dann gehen wir gleich mal in die Charts hinein. Nicht zu viel Zeit heute hier an dieser Stelle auch vergeuden. Das heißt hier schauen wir in die Charts rein. Offen ist gerade noch das mexikanische Währungspaar Euro. Mexikanischer Peso hier mal abgebildet. Was wir im Großen und im Kleinen haben. Das Große, wir sehen es hier, schön der aufwärts gerichtete Markt. Mit dem Top oben bei der Marke von ungefähr 23,44. Danach hier, wir sehen es selbst, dieser starke, starke Abwärtsschub nach unten. Das was wir hier nach oben sehen, ist wie schon gesagt das große Bild. Das ist auch genau das, was wir hier in der Woche sehen. Das heißt, das ist hier der aktuell nach oben laufende Aufwärtstrend. An der, wenn man sich rein das Ganze aus technischer Natur anschaut, jetzt momentan sehr, sehr tief in der Korrektur steht. Und wir wissen das, wir schauen hier in die Trends rein. Und tiefe Trends bieten uns auch mal Chancen, wenn der Markt rumdreht und möglicherweise hier die Richtung nach oben wieder aufnimmt. Und das ist hier wieder so ein Bereich, wo wir zwar jetzt das größte Risiko haben, diesen Trend zu brechen, aber an dieser Stelle natürlich auch die größte Chance haben, wenn es hier zu einer Trendfortsetzung kommen sollte. So die Chance auch vom Markt wahrgenommen wird. Und das schauen wir uns ganz einfach hier an dieser Stelle einmal im Tagesschat auch an, wo wir da momentan stehen. Und da sehen wir hier den Bewegungstrend, der hier nach oben gelaufen ist. Da lief ja hier schön an dieser Stelle markttechnisch klassisch einfach nach oben. Auch Thema Dow-Theorie. Hier wurde es dann ein bisschen hässlich. Hier haben wir schon die erste Anzeige bekommen. Upala, an der Stelle ist erstmal was nicht in Ordnung. Und hier haben wir dann noch einen Peak nach oben bekommen. Und da gesehen, das oben war das Top. Und seitdem läuft der Markt einfach wahnsinnig stark nach unten. Also hier, das war der Bewegungstrend für die Woche. Das hier ist der Bewegungs- bzw. der Korrekturarm der Woche. Und hier unten stehen wir halt jetzt unter diesem letzten Schub, was wir hier unten hatten, unter diesem Korrekturtief unten drunter. Sehr, sehr, sehr nahe an diesem letzten oder an diesem ersten Korrekturtief dieses großen Wochentrends. Und hier ist es jetzt interessant, was passiert. Nämlich, wenn der Markt dieses Level tatsächlich zumindest auch temporär als Boden sieht und hier nach oben angeht, dann haben wir kurzfristig erst einmal die Chance, hier in die Tageshochs reinzulaufen. Und das ist für die kurzfristigen Trader interessant. Mittelfristig kann da unter Umständen dann auch noch mehr draus werden. Das haben wir ja auch gesehen. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass dieser Markt tief korrigiert. Wir haben das ja hier im ersten Schub gesehen. Die initiale Bewegung vor Trendbildung wurde auch sehr, sehr tief korrigiert. Vielleicht behält dieser Markt einfach nur sein Verhalten, was er zuvor gezeigt hat, bei und bietet uns hier die Chance. Wie schon gesagt, kurzfristig erst einmal hier, wenn wir tatsächlich nach oben abspringen, die Tageshochs am Liegen hier um die Marken von 21, 70, 72 und hier die Mark von 21, 82, 1, 1, 9. Das mal kurzfristig die Anlaufpunkte. Mittelfristig wirklich, wenn mehr draus wird, da braucht man dann, denke ich, aber auch ein bisschen Geduld. Aber das passt dann halt auch jeweils zum Zeitrahmen, je nachdem, was Sie hier entsprechend traden möchten, den Weg nach oben auch Stück für Stück mit zu begleiten. Denn ansonsten, wenn diese Marke hier unten nicht halten sollte, sondern der Weg weiter nach unten führt, wäre dann natürlich hier erstmal Trendbruch angesagt und dann möglicherweise hier nochmal eine Rebound-Chance. Weil das wird ja dann doch überzogen, wenn wir dann einfach ohne kurzfristigen Gegenschub weiter nach unten haben. Irgendwann ist das Gummiband halt so weit gespannt, dass man sagen kann, okay, es kommt zum Bruch bzw. zum Ende. Erst einmal dieser starken Abwärtsbewegung. Und da haben wir hier noch das Tief, das aktuelle Tief hier bei 21, 32, 9, 3, 4 hier unten liegen. Das also hier, diese beiden Level könnten als Support dienen für eine kurzfristige Gegenbewegung. Bleiben wir hier über dieser hellgrünen Marke, dann wartet der Markt sogar noch die Chance hier, diesen Aufwärtstrend hier, den großen auf der Woche nach oben wieder mitzunehmen. Und das, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Chance, die sich hier auch bieten kann. Olaf, Euro, Neuseeland-Dollar gucke ich dann direkt gleich rein, sobald ich hier unsere heutigen Handelsideen durchgesprochen habe. Wir gehen als nächstes Mal in den Austral-Dollar, US-Dollar, den hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal, wie immer hier auf der Liste. Und heute wieder mal mit einer sehr, sehr schönen Idee. Letztes Mal hatten wir ihn ja nach unten hin, jetzt haben wir ihn auf der Chancenseite nach oben. Da müssen wir mal sehen, was jetzt hier kommt, was sehen wir im Chart. Wir sehen momentan aktuell hier natürlich hier diesen starken Drang des Marktes nach unten, hier diesen durch den Flashcrash im Yen initiierten Schub nach unten, der dann auch direkt wieder mit hochgelaufen ist. Und jetzt an dieser Marke hier oben in diesem Widerstandsbereich zwischen 0,62, 350 und hier diesen Korrekturhoch 0,72, 4,66. Da sind wir jetzt reingelaufen, das ist dieser sehr, sehr starke Schub nach oben und das ist ähnlich, wie ich das gerade auch im mexikanischen Währungspark gesagt habe. Wir haben hier eine sehr, sehr weit gelaufene Strecke hinter uns, das heißt, das Gummiband ist sehr, sehr weit gedehnt und da kommt es dann halt irgendwann zu Korrekturen. Und in genau einer solchen Korrektur befinden wir uns hier momentan, wenn wir mal kurz in die Stunde sehen, dann sehen wir auch der Stundentrend hier, der ist nach unten. Der war hier am Anfang etwas unsauber, aber jetzt laufen wir schön auch nach unten. Das Ganze hier, also der schöne starke Schub nach unten. Wir haben hier einen Kanal, den habe ich auch eingezeichnet und jetzt kann halt aus diesem Kanal mehr werden als das, was wir sehen. Das heißt, entweder, und das ist das eine, entweder sehen wir jetzt hier eine tief, tief laufende Korrektur und danach strebt der Markt wieder nach oben. Das heißt, dieses Muster als bullisch zu sehen oder aber wir gehen einfach wieder Richtung dieser initialen Bewegung hier nach unten. Das müssen wir jetzt sehen, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier schön diesen Trend und diesen Abwärtstrend der Stunde. Den können wir jetzt erst einmal nutzen, weil das, was jetzt hier nach unten geht, ist zumindest mal die korrektive Phase dieser starken Bewegung hier nach oben, also dieses starken Schubes hier nach oben. Anlaufpunkte haben wir jetzt hier, wir stehen hier genau am Tagestief aktuell bei 0,71, 4, 5, 4. Das ist hier das Tagestief vom 10.1. Und wir haben darunter auch noch ein paar Tagestiefs relativ nah liegen. Ich ziehe das mal ganz kurz runter hier. Wir haben hier dann auch noch das nächste Tagestief unten. Ja, jetzt können wir es nicht sehen, weil es zu knapp zusammen ist. Das Tagestief hier das dritte unter uns, wo wir jetzt gerade stehen, das haben wir hier im Low bei 0,71, 0,87. Jetzt hätte ich fast die 0 verschluckt, die ist ja auch wichtig. Das heißt, wir haben nach unten hin deutlich Potenzial auch liegen, dass die Korrektur runterläuft. Sollten aber hier an dieser Stelle im kurzfristigen Bereich auch daran denken, das ist jetzt die Gegenbewegung, die wir jetzt traden. Und daraus könnte zwei Sachen werden, wie schon gesagt, entweder der Markt läuft hoch, schiebt hier oben drüber. Das heißt, das wäre dann eine Marktphase, wo wir jetzt einfach die Stundentrends als Richtungsgeber nehmen. Und jetzt läuft die Stunde aktuell noch nach unten. Das heißt, hier Präferenz eher nach unten zu traden. Wenn allerdings der Markt die Stunde bricht und die Stunde nach oben einen Aufwärtstrend bildet, dann wäre das gut, diesen Weg zu traden, diesen Weg auch einzuschlagen mit dem Sinn im Hinterkopf, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt hier ausbrechen und nicht hier unten drunter gelaufen sind bis dahin, dann haben wir die Chance, dass wir diesen Weg nach oben traden. Wenn hier Stärke in den Markt reinkommt, ist es auch dann eine normale Art und Weise, dass wir nicht bis hier runter korrigieren, sondern dann ist es meistens so, dass wir hier ein bisschen nach unten laufen und dann, je nachdem wie tief, aber nicht bis hier runter, den Sprung nach oben wagen können und das Ganze dann Stück für Stück nach oben auch mit traden. Und wenn wir dann hier drüber laufen, haben wir hier definitiv auch von der Art und Weise einen Aufwärtstrend, der dann die Chance dazu hat, diesen Abwärtstrend, also dieses Hoch hier korrekt hoch mit rauszunehmen und dann Stück für Stück weiter auch nach oben zu laufen. Also hier sind kurzfristig doch einige gute Sachen möglich, die wir hier mit nutzen können. Und nochmal kurz mit Blick in die Stunde, wenn wir jetzt die Richtung aktuell hier auch im heutigen Tagesverlauf nach unten traden wollen, da müssen wir einfach nur schauen, dass wir dieses Trendbild hier nehmen. Aktuell hier haben wir schön den Trend nach unten mit laufen. Jetzt stehen wir hier in der Bewegung und wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt hier nicht in die Bewegung rein traden, sondern aus der Korrektur heraus, dann warten wir einfach die Korrektur ab. Also das hier auch ein bisschen für die Watchlist, für den heutigen Intrade-Handel. Dann warten wir auf so eine Umkehrsituation, wie wir sie hier oben gehabt haben und dann sehen wir hier lief der Markt wieder runter hier. Der 5 Minuten Aufwärtstrend, der wurde hier gebrochen, hat sich hier dann fortgesetzt und das schwingt dann runter. Das sind dann die Chancen, die wir natürlich haben, die Umkehrmuster zu traden, wenn der Markt nach unten geht. Und dann, wie schon gesagt, könnte das entweder die Fortsetzung dieses ersten initialen Abwärtsschubs sein, den wir hier gesehen haben, dieser massive Schub nach unten. Also es war ja nicht der erste Initiale, aber wir haben das Ganze im Marktbild gehabt und das Ganze nach unten zu traden. Oder aber wir sehen das wirklich als bullische Korrektur dieser bullischen Verhaltensweise, die wir hier gehabt haben, dieser starken Rückzug ist nach oben und dann einfach mal zu sehen, wie wir hier nach oben mit rauskommen können. Das wird uns der Markt zeigen und das ist in meinen Augen sehr, sehr, sehr spannend. Interessant ist auch, was wir hier momentan im US-Dollar Schweizer Franken sehen. Das ist eine sehr, sehr feine Situation, die wir hier momentan haben. Auch da gehe ich gleich mal noch etwas näher rein. Ich zoome mal den aktuellen Trendverlauf hier auf den Chart mit drauf und hier sehen wir ganz klar erst einmal natürlich den schön abwärts laufenden Markt. Der Abwärtstrend ist da, aber und das ist das Interessante, Momentan scheint der Markt keine Anstalten zu machen, seine tiefe Korrektur zu beenden. Wir sind jetzt hier mittlerweile direkt reingelaufen in diesen Bereich des Korrekturhochs, was wir hier drüben gehabt haben, der liegt um 0,99,200. Da stehen wir jetzt schon bald dran. Ich glaube, im Tageshoch haben wir da schon mal dran geschnüffelt. Ja, genau, das Hoch war 0,99,221. Also wir haben schon mal dran gerochen und das ist interessant zu sehen, weil wenn wir wirklich drüber laufen, dann wissen wir hier, dieser Abwärtstrend ist erst einmal Geschichte. Wenn man sich das Ganze mal im Kleinen anschaut, dann haben wir hier im Bild den Aufwärtsschub gehabt. Das mache ich mal ganz kurz grün, dass wir das Ganze auch als, sage ich mal, Aufwärtstrend oder Gegentrend mit sehen können. Dann gab es hier ein bisschen Kursrückgang. Wie schon gesagt, das alles noch im Kleinen und jetzt den Schub hier nach oben. Und das ist jetzt interessant, was wir hier sehen, was der Markt hier macht. Kurzfristig kann es jetzt immer einfach passieren, weil das Ganze hier auch schon ein Stück weit in Bewegung ist und das auch ein Widerstandslevel ist, was schon Beachtung findet, dass wir hier erst einmal ein kleines Stückchen nach unten drehen. Das muss man dann einfach einordnen, wenn sich hier dann nachhaltig das Ganze nach unten ergibt und wir wirklich nicht hier oben drüber laufen. Dann haben wir hier am ersten Mal den Punkt wiedergegeben, die Korrektur läuft entsprechend nach unten. Das können wir dann traden. Dann sollten wir hier den Blick wieder auf die Tagestiefs mitrichten. Heißt also hier das Tagestief, auch das mache ich mal noch grün kurz, weil es ja Unterstützungen in dem Rahmen dann sind, die wir unten laufen. Das heißt, das sind dann diese sogenannten Pivot-Punkte, wo der Markt durchaus auch wieder nach oben rumdrehen kann im Sinne des Aufwärtstrends. Das heißt, wir haben hier relativ nahe zwei Tagestiefs liegen, die wir durchaus in der Korrektur anlaufen können. Hier einmal um die 0,898,938 und beziehungsweise hier etwas tiefer die 0,98715. In diesem Drehrum nach unten hin, erst einmal die Anlaufpunkte. Aber wenn wir wirklich nach oben wuppen, dann haben wir hier die Chance, erst einmal hier diese Richtung anzulaufen. Wir haben ja sehr, sehr große Kerzen hier momentan. Die kommen immer wieder vor. Wir haben eine sehr, sehr starke Dynamik auch nach oben oder nach unten gehabt. Das heißt, wir haben hier einen Markt, der stark treiben kann. Das heißt also hier, das Level, die 0,99631 beziehungsweise etwas später dann im Aufwärtsverlauf, wenn wir da oben drüber laufen, hier das nächste Korrektur. Das sind erst einmal die Marken, die wir hier mit planen können, um den ganzen Schub da nach oben mitzunehmen. Wenn wir uns das Bild in der Woche anschauen, dann sehen wir, das muss ich mal kurz etwas kleiner zoomen, dann sehen wir hier halt auch einen Markt, der hier oben das Potenzial hat, erst einmal in dieses Level wieder mit reinzulaufen. Das heißt, wir sehen hier einen Markt, der aktuell in diesem Bereich hier, wo haben wir hier oben liegen, um die 1 Dollar Marke, beziehungsweise, ja doch, das ist die 1 Schweizer Franken Marke hier oben. Also das ist hier der Bereich, wo der Markt durchaus erst einmal ranlaufen kann. Im großen Bild sehen wir hier nämlich oben den Deckel drauf, unten die ansteigenden Tiefkurse. Das sehen wir, dass der Markt von unten immer rauskommt und schön aus den Umkehrbewegungen nach oben schiebt. Und jetzt haben wir möglicherweise genauso eine Situation vor uns liegen, wie wir das hier in der Vergangenheit gemacht oder gesehen haben. Und das macht in meinen Augen doch Mut und sollte mal die Chance ergeben, in den Tagesschart reinzuschauen. Und das ist das, was wir hier aktuell sehen. Und wenn sich das nach oben hin fortsetzt, dann haben wir sehr, sehr viel Potenzial zur Oberseite. Wie ich schon gesagt habe, kurzfristig kann es immer mal ein Stück weit nach unten gehen, aber nichtsdestotrotz der Blick ins große Bild ist jetzt hier so, wie er ist. Wenn wir hier über die 99,2 drüber laufen, dann haben wir alle Chancen, hier nach oben hin reinzulaufen und in diesen Top-Bereich oben mit ranzugehen. Das also hier zum Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Und dann haben wir heute mal wieder einen Wunschmarkt. Olaf, ich schaue jetzt gleich mal in den Euro-Neuseeland-Dollar rein. Also wie schon gesagt, auch wenn jetzt jemand mal einen Wunschmarkt hat, wirklich einfach hier in den Chat reinposten auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Und dann gucken wir in die Charts auch rein. So, Euro-Neuseeland-Dollar. Da ist er. Erst einmal wieder der Blick in den Tagesschart hinein. So, und jetzt ordnen wir das ganze Bild mal ein. Ich mache mal ganz kurz, bevor wir uns hier mit dem Tagesschart befassen, noch den Blick in den großen Wochenchart. Im Wochenchart, was sehen wir hier? Wir sehen hier den alten Aufwärtstrend. Der ist jetzt hier gebrochen. Initiale Bewegung. Hier sehen wir, und das sind immer die interessanten Muster, wo ich sage, das sieht man in sehr, sehr, sehr vielen Zeiteinheiten, dass wir hier diese Trendkanäle auch bekommen. Ich ziehe das mal ganz kurz etwas hier runter. Hier ist das Interessante halt wirklich gewesen. Wir hatten hier sozusagen diesen starken Schub nach unten. Initialer erster Schub. Dann hat dieser erste Schub diesen Trend gebrochen. Klar, der Bewegungstrend, der war schon lange kaputt. Hier der große Trend. Hier unten drunter weg gebrochen. Das war jetzt die Korrektur. Und hier hatten wir die erste Umkehrwoche, das erste Umkehrsignal. Ich markiere das mal ganz kurz mit einem roten Pfeil. Ich hoffe, der ist jetzt rot. Nee, der ist schwarz. Ich mache den mal kurz rot, dass man das besser sehen kann. Und da sehen wir die erste Umkehr, was dann auch über die Woche mit bestätigt, die er über den Tag mit bestätigt wird. Das war das Umkehrsignal. Und da kam dann der Bruch unten runter. Und da hat sich dann in der Woche, im Tag, hier der Markt nach unten bewegt. Hier Bewegung, Korrektur. Hier hat sich der Trend nach unten gebildet. Das heißt, wenn wir uns dieses Konstrukt einfach mal ein bisschen anschauen, ich nehme das jetzt mal ganz kurz raus, beziehungsweise wir können das ja mal hier etwas mit reinlegen, ein bisschen anpassen. Also ganz grob, dieser Kanal, den wir hier an dieser Stelle haben, der war halt hier oben. Man kann das nicht immer so hundertprozentig genau legen, wenn man das mal so passt. Es ist grob, was ich hier sagen will. Was ist, was wir hier sehen? Das ist der Kanal, der Korrekturkanal. Der hat hier diesen Schub nach unten erst einmal ein Stückchen rausgenommen. Und jetzt sehen wir hier den Markt nach unten laufen. Dann haben wir hier die erste Dynamik nach unten gehabt. Kleine Korrektur, jetzt abwärts dran. Das heißt, in meinen Augen, das, was wir jetzt hier sehen, ist das gleiche Bild, was ich vorhin beschrieben habe, wo sich erst einmal etwas entwickelt hat in die Gegenrichtung und wir dann den Markt nach unten schieben sehen. Und wir sehen jetzt hier halt einfach zwei Sachen, die man meines Erachtens beachten kann. Entweder wir sehen jetzt hier den Markt weiter runter laufen. Das heißt hier den Schub nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier den ersten Aufwärtsschub gehabt. Der wird gebrochen und im Rahmen dessen, was wir hier auf Wochenbasis sehen, schiebt sich der Markt jetzt tiefer und bildet hier dann einen Abwärtstrend. Weil übergeordnet haben wir ja erst einmal die Phase jetzt gebrochen, den Aufwärtstrend gebrochen. Hier eine trendlose Phase. Wenn wir dann hier unten drunter laufen, dann haben wir hier den Abwärtstrend im Markt mitliegen. Das heißt hier, der Schub war hier definitiv der initiale erste Schub. Der war nach unten gerichtet. Jetzt gibt es hier die Korrektur. Und wenn wir dann in diesen wieder reinlaufen, also in diese Richtung, dann haben wir die Chance, dass wir hier unten einen Abwärtstrend bilden. Also das sieht dann auf Wochenbasis quasi so aus. Das ist hier ein mittelfristiges Bild, was sich durchaus auch entwickeln könnte. Das auf der einen Seite. Punkt. So, jetzt gucken wir wieder zurück in den Tagesschart. Und im Tagesschart sehen wir halt sozusagen erst einmal diese Aufwärtsdynamik, die hier jetzt den Tagesschart nach oben hin gebrochen hat. Jetzt sehen wir hier die Korrektur. Setzt sich die Korrektur nach unten fort? Das heißt, laufen wir hier weiter. Sehen wir jetzt nur hier eine Gegenbewegung zu diesem Schub. Und wenn das Ganze dann nach unten rumdreht, haben wir im Kleinen hier Bewegung. Hier Korrektur. Hoppala. Dann nochmal eine Bewegung. Was wir jetzt haben, ist korrektive Phase. Und danach, wenn der Markt wieder rumdreht, dann haben wir hier alle Karten in der Hand, dass wir hier den Tagestrend in Richtung dessen, was wir auf Wochenbasis schon sehen, mit fortsetzen können. Anlaufpunkte. Erst einmal selbstverständlich hier das Tief, was wir im Tagesschub momentan nach unten hatten. Und danach richtungsweise hier unter die Bereiche, die wir hier sehen, aus den Schüben nach oben hin. Das wären dann mal die Marken, die wir hier drinnen liegen haben. Mit dem Anlaufpunkt erst einmal hier das Tief, was wir auf Wochentrendbasis hier unten mitgehabt haben. Das ist das eine. Nummer eins. Nummer zwei. Auch immer. Das sind ja die Szenarien, die Handelsszenarien, die wir haben. Das Bild kann sich natürlich auch drehen. Bekommen wir jetzt hier keinen neuen Schub nach unten mehr, sondern laufen nach oben und brechen das Ganze. Hier sieht das Bild dann so aus. Dann ändert sich der Markt etwas von seinem Verhalten auch. Und dann haben wir wiederum auf der anderen Seite die Chance, wenn wir hier nicht nach unten laufen, haben wir die Chance hier im Tagesschart ein höheres Tief zu machen. Und wenn das Ganze dann Stück für Stück nach oben läuft, dann haben wir mittelfristig einen Paradigmenwechsel, sage ich mal, im technischen Sichtbereich. Das heißt, wir haben dann hier die Möglichkeit, dass der Markt hier einen Aufwärtstrend bildet und sich das Bild der Woche auch mit ändert, weil dann haben wir hier auf Wochenbasis nach diesem initialen Bruch nach unten einen neuen Aufwärtstrend gebildet von der Szenarioplanung. Und das ergibt dann die Chance, dass wir hier wieder ein Stück weit mit nach oben laufen. Das sind also immer mal so die Dinge, die sich hier in diesen Chartverläufen auch ergeben. Das ist die Planung, die wir machen. Olaf, das ist jetzt der Blick, den ich hier mal rein habe in verschiedene Zeiteinheiten. Dass wir hier auch verschiedene Trading Setups einfach mal durchgesprochen haben. Das ist das, was sich aus meinen Augen hier aus markttechnischer Sicht zum Handel auch ergeben kann. So, weitere Fragen habe ich jetzt im Chat erst einmal nicht gesehen. Das heißt, von der Seite her danke ich wieder allen für die Zeit, auch allen, die sich im Nachgang die Zeit nehmen, diese Videos in der Aufzeichnung anzuschauen. Sage allen einen schönen, erfolgreichen Handelstag. Wir hören und sehen uns morgen. Wie schon gesagt, morgen gibt es neben den Handelsideen wieder den Blick auf die großen Indizes. Da hat sich die Lage nicht dramatisch geändert. Und dann schauen wir hier einmal in das Biespuck rein, was uns der Markt hier sagen will. Weil die FED schaut ja auch ganz genau drauf, was hier drinnen steht. Das machen wir dann, wie schon gesagt, morgen. Also bis dahin allen eine gute Zeit. Ich freue mich drauf. Tschüss. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.